Jetzt stehe ich halt auf einem Hügel. Es ist ein bisschen komisch. Also man hat das Gefühl, man fällt gleich übelst hin. Das ist Wahnsinn. Kommt jetzt auch die Metallwurst angerannt? Wo denn? Ach da. Ach süß. Oh mein Gott, das ist unter mir. Das ist ja niedlich. Duzi, Duzi. Ich spiele mit einer Metallwurst. Komm mir gerade ein bisschen komisch war. Aber man hat auch, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich bin schon voll weg, ne? Also ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass ich ein Gelsenkirchen bin. Das muss ich jetzt dann doch mal sagen. Dann lasse ich einfach die Taste hinten los, ne? Ich werfe auch in der virtuellen Welt richtig scheiße. Okay, und jetzt bringt mir diese kleine Metallwurst, die ein Hund sein soll, das Stück jetzt zurück. Echt jetzt? Oh mein Gott, ist das süß. Ich streichle den Hund. Ach Leute, wenn ihr das sehen könntet. Oh, wie süß.